Bilanz letztes Jahr war herausragend gegen Leipzig. Ein Jahr, wo du gegen Leipzig vier Punkte holst, gibt es nicht oft. Zuhause haben wir da sehr gut gespielt, auswärts nicht ganz so gut. Da hatten wir noch ein bisschen Glück auf unserer Seite, aber zuhause haben wir sehr gut gespielt. Hatte Leipzig auch keinen guten Tag, aber mir sehr gute. Tja, für uns heißt es halt jetzt alles analysieren und die gute Taktik finden. Dreierkette ist immer eine Option für uns, aber wir haben ja eigentlich auch mit der Viererkette gegen Leipzig ein richtig gutes Spiel gemacht. Bis auf einige Situationen, die uns dann sozusagen selber gekillt haben. Und von dem her war es jetzt auch wichtig, die Woche, dass man die Mannschaft dann auch aufbaut. Weil wir sehr, sehr enttäuscht waren über das Ergebnis. Da gab es halt dann einfach in kurzer Zeit drei Entscheidungen, die alle richtig waren und okay, die halt alle gegen uns ausgefallen sind. Und zwar wichtige Entscheidungen. Und das war extrem schmerzhaft, dass du dann so ins Hintertreffen kriegst, dann auch nur mit eigenen Fehlern, wo du sie zu Toren einlädst. Das war schwer, aber müssen wir mit leben und müssen uns aufbauen an dem, dass wir eigentlich die ersten 30 Minuten die klar bessere Torchancen hatten. Und auch gefährlicher waren, Tore geschossen haben, Bälle erobert haben, wo wir aufs Tor laufen können. Also da waren einfach viele Dinge gut und auch defensiv war es richtig gut. Mit den Abständen und mit der Raumaufteilung. Und das haben wir auch thematisiert die Woche. Bis zum nächsten Mal.